Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ghost Recon Online. Einfach mal dazwischen reden. Immer doch. Ja, ja. Also heute spielen wir zusammen auf... Äh, wieder mal in Tomsk. Ne, Tim? Nein, ich wäre fast am anderen Ende gewesen. Jo, ich war direkt hinter dir, deswegen habe ich das gesehen. Alex, solange du mit mir spielen wirst, wirst du nie eine andere Map bekommen. Ich sehe das. Äh, doch, das schaffen wir, haben wir doch schon. Ja, aber irgendwie... Naja, ich stürme jetzt mal einfach mal voran. Und ich spiele, wie ihr hier so schön sehen könnt, den Aufklärer und ich hole mir den. Ich sterbe gleich. Und du nimmst... Ernsthaft, ich wurde von hinten eliminiert. Von hinten? Wo bist du? Äh, der ist schon gestorben. Äh, rechts im Gang bei denen hinten drin. Äh, da sitzt einer direkt links und der andere, der dich abgeknallt hat, ist dritte oder vierte Reihe rechts. Oh, der Metzer ist tot. Ich glaube, wir halten die gut im Eingang. Äh, soll ich links oder links beschützen? Oh, Tim, Tim! Perfekt, ich bin in den reingerannt. Das fängt ja schon mal gut an, mit zwei Toten. Ha. Also bei mir läuft es gerade ziemlich locker flockig. Jo. Trotzdem hast du null Punkte. Ja, das stimmt. Und ich habe eine Vorlage bekommen. Und null Tode, vergiss das nicht. Ja, okay. Hoffentlich wird das keine solche Chaos... Ah, Moment, halt kurz. Warte kurz. Hoffentlich wird das keine solche Chaos-Runde wie bei euch dem letzten. Und wo ist der Typ, der dich abgeknallt hat? Ich glaube, da ist keiner mehr. Ich renne einfach mal. Das, was ich am besten kann, erwischt werden. Muss ich noch ein bisschen trainieren, weil gut genug kann ich es immer noch nicht. Ich kann es aber trotzdem am besten. Äh, hallo, hallo, ist hier jemand? Ne. Hä, was schreibt der denn? AWW? Vermutlich hat er einfach aus Versehen die, äh... den Chat offen gehabt und hat dann... Ah, also so wollte er nach... zur Seite gehen und hat dann aus Versehen AWW gedrückt. Und dann hat er erst gemerkt, dass er sich nicht bewegt und so, ne? LOL. So. Hallo, du hässliches Kind, du... Oh, oh, abhauen, abhauen, abhauen. Der hat mich im Visier. Da bin ich mir sicher. Let me some A-Kills. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Bin ich blind oder... Gibt's... Warst du wirklich nicht mit drin, Tim? Tim? Tim! Tim? Bin ich gerade so schlecht? Tim! Kann das sein, dass du gerade rausgeschmissen worden bist? Tim? Ich... denke, der Tim ist irgendwie nicht mehr drin im Spiel. Äh, doch. Was ist denn mit dir los? Tim? Da kam auf einmal die kleine Schwester reinmarschiert. Was habe ich verpasst? Äh, nur dass wir es erobert haben. Und du bist wieder leiser. Wie, ich bin leiser. Ich glaube, du bist eh leiser, als wie du eben gesprochen hast, aber das jetzt... Das ist mir scheißegal, dann versteht mich halt nicht. Achso, das haben wir schon eingenommen. Was, wo, äh, bitte? Jep. Und ich hab grad... Ich hab grad gedacht, dass du komplett... Dass dein Internet nicht irgendwie weggefallen ist oder so. Achso, ne, ne. Ich hab mich schon von dir verabschiedet praktisch. Ahaha. Ach du Scheiße. Nein, noch eine Granate. Oh, und der Paul ist, glaube ich, unwissentlich bei mir im Let's Play drin. Aufgelast. Der hat mir grad auf Skype geschrieben. Hahaha. Zumindest hört man. Also dafür, dass ich kaum anwesend war, gute Runde. Und sie ging verdammt schnell. Was? Vier Minuten bis denn nur? Ja. Verarsch mich. Das ist mir noch nie vorgekommen. Noch nicht mal als nur wenige Leute da... Okay, die waren grad nur zu fünft. Ja, aber trotzdem, das ist krass. Oh mein Gott. Ja, guck mal, was die im Chat schreiben. Wir sollen uns nicht so beeilen, weil der mehr Punkte haben will. Mir scheißegal, ich will das so schnell wie möglich hinunterbringen. Langsam kenn ich Toms echt auswendig. Hier, äh... Kennst du aus dem Clan den Sergeant Oveca? Nein. Boah, der hat gestern, ich glaub mit dem Aufklärer... Level 21... Ne, Level 22 und 23 komplett gemacht. Also komplett sich... Äh... Aufgelevelt. Boah, das ist meine. Nicht Killklau machen. Oh, gut gemacht. Wehe, ich hätte dich umgebracht, Festus. Ich hab zwar keine Granaten mehr, aber ich hätte dich trotzdem umgebracht. Und mach doch mal bitte... Ja, komm, wirf doch mal... Hallo? Mann, ich will da nicht direkt in der Schussbahn stehen. Da sind zwei Leute. Ich soll mal rauskommen. Schade. Der eine wurde erledigt und der zweite auch und ich bin tot. Ich will Fernrohren von hinten auf. So, du musst das. Äh, wie viel Prozent? 95, 96, 97. 50, 100. Mann. Ja, ich hab ne Eroberung sogar bekommen. Ich dachte, ich bekomme nur ne Vorlage. Schade. Irgendwie hab ich das Gefühl, die Runde wird wieder extrem kurz, weil die nur vier Spieler sind. Das ist ein ähnliches Gefühl. Guck, vier Spieler gegen acht Spieler. Und der... Was? Drei Spieler und zwei verbinden noch dazu. Oben ist einer. Bei denen im Snipe-Posten oder bei uns? Wo oben? Äh, oben in, bei, bei, bei B, auf dem, auf den Tonnen, auf den... Ach so, so weit bin ich noch gar nicht. Auf Tonnen, sondern auf den, auf den... Ach, wie heißen denn die Teile? Container. Das Subby-Bort hab ich gesucht. Container? Containers. Welche... Wo, Container... Ach, da, Container. Du meinst, ob diese orangene kleine Dingsbums, die davorstehen, vor den kleinen Snipe-Fans dann da oben? Möglich. Da oben haut grad einer ab und kommt die Treppe nicht runter. Das geht mir grad viel zu leicht. Würde mich so hassen, wenn ich in der anderen Gruppe wäre, beziehungsweise ich würde die anderen hassen. Äh, schafft er den? Schafft er den? Schafft er den? Kila? 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 Scheiße, einer kommt von hinten. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Welches hinten? Noch vor B. Da bin ich mir fast sicher, weil da war grad noch einer oben auf der Plattform drauf. Dann hat einer versucht zu erwischen. Ich seh hier alles und hier ist keiner. Ja, aber da war grad einer und dann war da jemand von uns oben, der hat Oracle gemacht und da war niemand mehr. Oracle? Oracle, genau. Mysterious. Das ist echt. Uns wird gleich jemand den Rücken fallen, wenn die nicht zu blöd sind. Ivo. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir haben's gleich wieder. Weißt du was? Da hab ich ein ähnliches Gefühl. Ich bemühe mich, was weiter vorne dran zu sitzen. Au. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werd... Willst du wohl... Wieder... 13 Leben. Och, Mann. Ey, ich wurde von irgendeinem Zero... Zero-Low-Düm angeschrieben, der mich fragt, ob ich Lust auf ein Clan-Match hab. Kennst du den? Ist der bei uns im Clan drin? Ja, keine Ahnung. Das kann ich nämlich noch nicht mal mit Sicherheit sagen, weil ich demnächst so viele Clan-Einladungen bekommen habe, dass es sein kann, dass der... Lol. Das wär's nicht bei uns im Match, von daher... Ja, aber ich hab... Könnt der irgendwie aus dem Clan sein. Naja, wurscht. Okay. Das war eine ziemlich kurze Runde. Och, Mann. Das war keine schlechte Runde. Das war keine gute Runde für mich, aber schnell. Oh, oh. Ja. Okay, ich glaub ich, sag da mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Let's Play Ghost Recken Online. Ich steh'n. Macht's gut. Tschüss.